Moin, herzlich willkommen zurück hier zur Montagsausgabe Let's Play List 17 Nordfriesische Marsch, 4-fach-Map 1.9 ohne Gräben. Wir sind dabei Feld 3 zu ernten, also unter anderem. Wir sind an ganz vielen anderen Feldern noch bei. Ich muss nur eben zusehen, dass ich so hinkriege, dass ich hier keinen Hopfen erwische. Da sind Sonnenblumen drauf. Richtig. Da sind Sonnenblumen drauf. Ich habe das völlig falsch. Ich gewiss. Wie peinlich. Wie peinlich. Wie peinlich. Ich muss ein ganz anderes Gebiss haben. Natürlich. Aber das wollen wir uns eben. Das habe ich ja auch irgendwo. Wenn ich nur wüsste wo. Ah, da habe ich jetzt wenigstens gedacht. Klar, sind das Sonnenblumen. Ich dachte jetzt, ich hätte gedacht. Abstrau. Ja gut. Am passieren steckst du nicht drin. Wir gucken mal. Erstmal dich mal. Wo habe ich denn das? Ich glaube, sonst habe ich hier noch einen Länger. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal einen Schmollenkurs für einen normalen Drescher. Jetzt kommen wir mal. Haben wir doch. Haben wir das nicht? Haben wir das auch hier drin? Ja, da vorne. Jetzt ist es. Auf geht's. Den Kurs können wir auf jeden Fall schon mal wegschmeißen. Wir können dann dafür direkt den nächsten Kurs generieren. Das kann aber auch noch hier nicht so. Ich muss hier eigentlich gar nicht speichern. Gut. Untertitelung des ZDF, 2020 So, das läuft schon mal. Jetzt als nächstes den hier als Abfahrer, den MB-Truck. Wie war euer Wochenende? Kurz. Ja gut, klar. Wie immer. So. So. So, ich bin gefahren. Was? Wieder was rein. Ja, super. Ja, los. Jetzt wäre er hier nochmal in der Runde. Jetzt wäre er zur Speiseölproduktion. Gibt da da noch Raps. Der muss nur eben aus dem Weg. Der steht hier nämlich leider am Weg rum. Jetzt kann ich mal hier rumstellen. Werbe will ich gleich hoch zum Grasfeld 7. Zwar alles durcheinander hier, was jetzt Abfahrer angeht. Aber ist mir auch egal. Okay. Okay. Yeah. 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 Go! Yeah. Ja, bald haben wir es, hier fällt er noch, fällt 3, fällt 4, fällt 41 und Gras fällt 7, dann sind wir fertig, so richtig gut verteilen. Da ist auch nicht mehr viel Sprit, naja 73 Liter, hier für die Ernte soll das wonach reichen. Das würde ich mal sagen. Zack, feichern. Feld 3. Hof Silo. Lose uns bitte auf Feld 3. Du bist gerade dran. So ertragreich ist das auch nicht. Kann aber auch sein, dass ich zu spät gedüngt habe. Das kann durchaus sein. So. Und er hier hoch zum Marsfeld 7. Und mir dann bei der Rübenernte behilflich zu sein. Einmal über die ganze Map gefahren hier. Okay. So. 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 Das Felt 7 zur Zuckerfabrik ... So, du suchst mir ... Felt 107 ... ... bitte schön ... Fährst du den ersten Konkrate an ... Da es mir jetzt gerade relativ egal ist, dass du jetzt hier einmal umsonst fährst. Case Optum steckt im Verkehr fest. Sicherlich. Was steckt hier denn im Verkehr fest? Hä? Hallo? Bisschen durcheinander, oder? Hier ist gerade gesehen. Er steckt im Verkehr fest. Hier ist nichts. Er fährt aber auch komisch. Irgendwas ist hier komisch. Habt ihr das schon mal gehabt? Ob man wieder fährt? Das ist ja seltsam. Kann ich mich jetzt gerade mal nicht mit beschäftigen? Nein, ich muss mich jetzt erstmal hier. Jetzt einmal rum ums Feld, sondern nicht mal halb voll. Also geht's jetzt mal wieder. Oh oh, jetzt steckt er gleich im Verkehr fest. Lässt du dich nicht von... Lässt du dich gar nicht von beeindrucken, okay. Gut, so, der ist auch fit. Ja, wegen dem Case kann ich jetzt echt gerade mal keine Rücksicht nehmen. Das ist ja lächerlich. Ich meine, ihr seht ja, habt ja gesehen, da ist nichts. Wir fahren jetzt zu Feld 4. Zusammen mit meinem Abfahrer hier. Und fangen da an zu ernten. Und wir kommen auch schon wieder zum Ende. Bedankt mich bei euch fürs Zuschauen, wie immer. Toll, dass ihr mich so unterstützt, dass ihr mitmacht. Und riesen, riesen, riesen Dank dafür. Und ja. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann lasst ihr einen Kommentar oder ein Like. Oder abonniert mich. Oder ihr kommt mich bei Facebook besuchen oder auf meiner Homepage. Da kriegt ihr auch immer Informationen über Livestreams auf unserem Hauptfachprojekt. Also wenn ihr da Interesse dran habt, dann kommt da vorbei. Und in diesem Sinn, das war immer. Ciao.